Poetisch. Bezaubernd. Verführerisch. Amusegöl. Die Dinnershow des Cirque Buffon im nostalgischen Spiegelzelt in Altenberg. Genießen Sie ein Menü aus erlesenen Zutaten, eingebettet in eine charmante Mixtur aus anrührender Poesie, Artistik und Livemusik, die das Herz berührt. Noch bis zum 9. Januar im nostalgischen Spiegelzelt in Altenberg im Bergischen Land. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Ideal auch als Geschenk oder ihre Weihnachtsfeier. Auch an den Weihnachtsfeiertagen und Silvester. Amusegöl. Die Dinnershow des Cirque Buffon.